Die Schweizer U17-Fußball-Nationalmannschaft ist die Auswahlmannschaft der U17-Junioren des Schweizerischen Fußballverbands. Spielberechtigt sind Spieler, die ihr 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und die schweizerische Staatsangehörigkeit besitzen. Bei Turnieren ist das Alter beim ersten Qualifikationsspiel maßgeblich. Aktueller Trainer des Teams ist Yves de Bonner. Erfolge Europameister Weltmeister 2009 U17-Weltmeisterschaften Die Auswahl des SFV qualifizierte sich 2009 erstmals für eine U17-Fußball-Weltmeisterschaft und gewann auch dieses Turnier bei der ersten Teilnahme. Wobei die Schweizer sämtliche sieben Spiele mit einem Gesamtscore von 18 zu 7 gewinnen konnten, Trainer der Mannschaft war Daniel Röser. In den Achtelfinals traf man auf den amtierenden Europameister Deutschland, der in der Verlängerung mit 4 zu 3 besiegt werden konnte. Im Viertelfinal traf man auf Italien, die Schweiz gewann mit 2 zu 1. Kolumbien hieß der Gegner im Halbfinal. Die U17 landete dabei einen ungefährdeten 4 zu 0 Erfolg und zog als Debutant ins Finale ein, in dem Gastgeber und Titelverteidiger Nigeria wartete. In einem spannenden Final setzte sich die Schweiz schlussendlich mit 1 zu 0 durch und wurde bei der Erstteilnahme auf Anhieb Weltmeister. Das Siegestor im Finale erzielte Harris Seferovic, der mit seinem fünften Tor mit dem Torschützenkönig des Turniers gleich zog. Jedoch aufgrund der längeren Spielzeit auf dem vierten Platz geführt wurde. Benjamin Sigrist wurde als bester Torhüter des Turniers ausgezeichnet und erhielt den goldenen Handschuh. Der vierfache Torschütze Nassim Ben Khalifa wurde zum zweitbesten Spieler des Turniers gewählt und gewann den silbernen Ball. Im Schweizer Fernsehen wurde das Finalspiel von durchschnittlich 1,007 Millionen U17 Europameisterschaften. Bis 2001 wurde keine U17, sondern eine U16 Europameisterschaft ausgetragen. Die U17 qualifizierte sich 2002 erstmals für eine Europameisterschaft und wurde auf Anhieb zum ersten und bislang einzigen Mal Europameister. Dabei gewann die Auswahl sämtliche Spiele in ihrer Gruppe, die Ukraine wurde mit 3 zu 1, Portugal mit 1 zu 0 und Frankreich mit 2 zu 1 besiegt. Im Achtelfinal wurde Georgien mit 3 zu 0 geschlagen. Im Halbfinale setzte man sich mit dem gleichen Resultat gegen England durch und im Finale besiegte man Frankreich erneut. Dieses Mal allerdings erst mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen, nach 90 und 120 Minuten hatte es jeweils 0 zu 0 gestanden. 2005 und 2008 qualifizierte man sich erneut für eine EM, scheiterte jedoch in der Gruppenphase. 2009 qualifizierte sich die Schweizer U17 zum vierten Mal für eine Europameisterschaft. In der Gruppenphase spielte man gegen Frankreich 1 zu 1. Italien wurde mit 3 zu 1 besiegt und gegen Spanien resultierte ein 0 zu 0. In den Halbfinals scheiterte die U17 mit 1 zu 2 an den Niederlanden. 2010 vermochte sich die Mannschaft zum dritten Mal in Serie für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Sie setzte sich in der Elite-Runde im eigenen Land gegen Deutschland, Serbien und Ungarn durch.